...Lederoberteil haben. Wir können aber auch hier gleich den Trennen aus Leder. Jetzt ist bei den Mädels ja immer die Frage, Dirk, oder ist eine Lederhose für ein Mädel auch eine Alternative? Also wer sich's leisten kann, bei Frauen sieht natürlich eine Lederhose mit schönen Beinen schon auch echt... Vielen Dank.